Hallo miteinander, guten Abend. Freut mich, dass ihr zu uns kommt in den Schauraum zu einem Thema und zur fünften Folge in diesem Thema Form Follows Finance, wie das Geldsystem die Architektur bestimmt. Wir sind der Sache auf den Fersen und werden es vielleicht gar nie verstehen, aber es macht auch nichts. Die Idee des Schauraumes ist, solche Themen aufzunehmen und die dann von ganz verschiedenen Seiten eben zu betrachten. Und ich bleibe bei der These, dass natürlich das Geld mit dem Raum in verschiedenen Weisen zusammenhängt. Und da dahinter zu sehen, scheint mir für alle interessant und gut. Und ich hoffe, dass wir da zusammen auch weiterkommen. Ihr seht unsere kleine, feine Reihe. Wir haben da wirklich mit diesem Extrem in New York angefangen, wo natürlich diese Sichtbarmachung und der Zusammenhang von Geld und Raum mit dem Rise of Skyscraper und den neuesten Entwicklungen der Billionaires Row über Stadtspaziergänge, über alternative Formen oder andere Formen von Geldanlagen, über unterschiedliche Eigentumsformen, Entwicklungsformen. Eik Frenzel letzte Woche aus der Welschenschweiz, der im Communal Housing, Social Housing tätig ist. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Stefan Mayer hier haben. Ich habe nämlich immer jemanden gesucht, der uns ein bisschen die Hintergründe zeigen kann, dieser ganzen finanziellen Berechnungen zu den Projekten. Wir arbeiten ja auch zusammen, auch wenn nicht immer direkt, aber unsere Kunden fragen dann ja, es gibt so zwei, drei große und da gehört Stefan Mayer dazu, die Wüstung Partner, die eben über ein sehr großes Wissen verfügen, über ein sehr großes Zahlen, die beraten, die begleiten, die auch bilden, also drei Bs. Und er gehört dazu und wird uns etwas zur Architektur und die Welt der Immobilienwirtschaft erzählen. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich da bereit erklärt haben. Und wir werden das gerne zu uns nehmen und am Schluss dann auch noch Fragen stellen können. Besten Dank fürs Kommen, Herr Mayer. Ihnen gehört das Wort. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich die Erwartungen erfüllen kann. Ich werde eher aus meinem Alltag etwas berichten, wie ich unsere Kunden, die eben aus der Finanzwelt kommen, meistens wahrnehme und wie die operieren am Markt. Noch nicht alle operieren so, wie ich denke, wo die Reise hingeht, aber doch einige. Und ich möchte da etwas dazu sagen. Vielleicht kurz noch eine kleine Anekdote. Heute Morgen hatte ich ein Aha-Erlebnis wieder mal. Da hat mir ein Kunde angerufen und der hat 20 Milliarden Verwalteter in Immobilien. Und der hat mir gesagt, er müsse jetzt in Zürich preisgünstige Wohnungen, also Kostenmietwohnungen, anbieten. Das ist ab Mitte nächstes Jahr. Und eigentlich könnte er jetzt mit seinen vielen Bauprojekten, die er hat, die Eingabe, die Bauingabe machen. Und dann könnte er da quasi noch unten durchschlüpfen und er müsste es nicht machen. Aber das würde er nicht tun, weil er wolle das eigentlich umsetzen, auch dieses preisgünstige Wohnungen. Und es ging eigentlich darum, wie man das dann macht und wie die Lösungen dazu erfolgen. Und ich glaube, es ist ein typisches Beispiel für die Zukunft. In der Vergangenheit habe ich viele Investoren da ganz anders wahrgenommen. Ich glaube, es findet da momentan ein ziemlich großes Umdenken statt. Vielleicht kurz zu mir. Ich habe ursprünglich Architektur studiert. Ich bin seit 20 Jahren bei WÜS-Partner im Immobilienberatungsgeschäft. Jetzt kann man denken, 20 Jahre, das ist ja unerträglich lang. Es sind unglaublich spannende Zeiten. Seit diesen 20 Jahren hat sich die Welt dauernd wieder verändert. Also vor allem die Immobilienwelt, das ist überhaupt nicht so etwas Konstantes und Stetiges, wie man immer meint. Man ist eigentlich in der Gesellschaft extrem exponiert. Also was die Gesellschaft bewegt, bewegt letztlich auch die Immobilienwelt sehr eng. Vielleicht noch kurz etwas zu WÜS-Partner. WÜS-Partner ist ein Immobilienberatungsunternehmen. Das ist im Besitz der Partner, das sind 24 Partner. Das ist noch Anfangsjahr, da waren noch 320 Experten und Expertinnen. Das hat sich stark geändert. Wir sind sehr stark im Wachsen. Wir sind aktuell 380 Leute an elf Standorten. Wir sind auch gezwungen, uns zu internationalisieren, weil eben das Kapital unserer Kunden immer mehr auch international operieren und die Welt in der Schweiz für uns langsam auch eng wird, wenn wir weiter wachsen möchten. Was wir hauptsächlich tun, das ist das, was wir da im Roten sehen. Das ist etwa die Hälfte unserer Tätigkeit, das ist Immobilienbewertung. Das machen wir für die Bilanzerstellung, das machen wir für Akquisitionen, das machen wir für Projektprüfungen. Wenn die Investoren Investitionen in bestehende Objekte tätigen möchten, dann benötigen sie das. Die tun das nicht freiwillig, die kommen nicht freiwillig zu uns. Die kommen zu uns, weil die alle reguliert sind und die brauchen unabhängige Schätzer und Bewerter. Und da sind wir dann mandatiert dazu. Was wir auch sehr viel machen, das ist auch ein sehr wachsendes Geschäftsfeld, dass wir Daten und Software zur Verfügung stellen, damit die Immobilieninvestoren und auch wir selbst, das Berater, optimale Dienstleistungen hier erbringen können und gut operieren können. Also es ist ein sehr hoher Teil an Digitalisierung mittlerweile in unserer Tätigkeit. Vielleicht kurz etwas zum Umfeld, so wie ich die Welt heute wahrnehme. Für Immobilieninvestitionen ist es wirklich eminent wichtig geworden, dass man diese sechs Dimensionen im Auge hat. Es ist eben nicht mehr so, dass der Immobilieninvestor sich nur um die Wirtschaftlichkeit seiner Projekte kümmern kann. Er wird damit scheitern in der Gesellschaft heute. Er muss sich bei seinen Projekten und bei seinen Investitionen um den sozialen Mehrwert kümmern. Er muss sich um den Lebensraum kümmern, den er mit seinen Projekten generiert. Er muss sich auch mit den Gesetzen auseinandersetzen. Und das sind nicht nur die Baugesetze. Es gibt eine wirklich regelrechte Regulierungsflut momentan. In Basel kennt man das ja auch. Die Wohnschutzinitiative ist ein gutes Beispiel aktuell. Das sind Themen, das setzt den Immobilieninvestoren zu. Das fordert sie. Aber es ist nicht so, dass die sich da grundsätzlich nur wehren dagegen. Gegen zu viel Regulierung wehren sie sich stark. Aber grundsätzlich wollen die, und ich rede jetzt nicht von den 80%, die den 20% hinterher rennen, ich rede von den 20%, die wirklich federführend vorne dabei sind, die wollen eigentlich in diesen Themen auch wirklich federführend Gutes leisten. Und letztlich, das ist ein ganz großes Thema geworden, die Nachhaltigkeit. Man spricht nicht mehr darüber, wie man das in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat. Das ist eine Notwendigkeit geworden. Gerade an den Finanzmärkten wird überall ESG-Ratings und CO2, also man muss das alles bilanzieren. Und das wird auch in der Rechnungslegung publiziert. Das Kapital schaut hin. Und Investoren, die sich, oder Immobiliengesellschaften, die sich nicht um das kümmern, und denen geht schlicht und einfach früher oder später das Geld aus. Also das ist eine Notwendigkeit, dass sie sich jetzt darum kümmern, weil sonst werden ihnen die Investoren oder die Geldgeber im Hintergrund davon laufen. Ja, und am Schluss, trotz allem muss die Wirtschaftlichkeit gegeben sein. Und wer heute große Projekte in den Städten, in den urbanen Räumen realisieren will, der muss sich um die Prozesse und die Kommunikation und die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft kümmern. Wenn er das nicht tut, wird er scheitern mit seinen Projekten. Und nebst diesen Dimensionen gibt es Trends. Das hat sehr viel mit der Gesellschaft zu tun. Wer heute investieren tut, und das ist auch dort, wo das Kapital hingeht, der schaut, dass er sich irgendwo in diesem Spektrum an Trends, die nicht kurzfristiger Natur sind, sondern meistens Megatrends sind. Also Megatrend ist ein Trend, wo man davon ausgeht, dass er eine sehr lange Zeit anhalten wird. Und darin wird man sich positionieren müssen oder positioniert man sich eigentlich bereits heute mit den Immobilieninvestitionen. Wer sind die Akteure in der Schweiz? Das ist eigentlich auch etwas, man hört immer sehr viel von dieser Großfinanz, von den großen Investoren, die da aktiv im Markt mitmischen. Es ist aber so, dass mehr als 50% des Immobilienbesitzers in der Schweiz immer noch im Privateigentum ist. Ein großer Teil in Form von Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen, aber auch im Bereich von Mietwohnungen. Das hier ist der gelbe Teil, das sind dann private Eigentümer, die dort in diesem Markt auch mitmischen. Und das Immobilienvermögen, und da rede ich jetzt nicht von der Infrastruktur, Schulhäuser und Hallenbäder, sondern rein Wohnhäuser, Geschäftshäuser, Mietwohnungen, Einfamilienhäuser etc., sind rund 4.500 Milliarden Franken. Das macht pro Einwohner etwa ein Vermögen von einer halben Million, das wir da in der Schweiz um uns haben. Wenn man jetzt zu den institutionellen Investoren geht, und das ist eben eher, das ist der Teil, den man immer wahrnimmt, die kommen sehr viel in den Medien, meistens auch mit negativer Presse, aber diese institutionellen Investoren, die machen eher, sage ich jetzt mal so einen mittelgroßen Teil aus, an diesem ganzen Immobilienvermögen. Sie wachsen relativ stark, weil die natürlich sehr zielgerichtet investieren, und auch viel Geld investiert haben in den letzten Jahren. Zudem sind die Immobilienwerte gestiegen, was ihnen auch geholfen hat. Der größte Teil von den institutionellen Investoren, das sind die Pensionskassen und Anlagestiftungen. Das sind also alles Gefäße, wo Vorsorgegelder drin sind. Und das ist eigentlich der Hauptteil. Daneben gibt es Immobilienfonds, die sind dann wirklich an den Kapitalmärkten, an den Börsen tätig, weil die sind eigentlich nicht an der Börse. Und dann gibt es noch Immobiliengesellschaften, die Versicherungen natürlich, die eine Rolle spielen. Wo investieren diese Investoren? Die sind in der Regel extrem risikoavers, also die gehen in die Märkte, wo mutmaßlich die größten Sicherheiten bestehen, und das sind die Agglomerationsräume. Und in den Agglomerationen, die gehen dorthin, weil die Menschen dort sind, und die Menschen sind dort, weil die Arbeit dort ist. Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Wenn man einen guten Standort für die Immobilieninvestitionen sucht, dann sage ich immer, schaut, wo es Arbeit gibt. Und wo mutmaßlich in Zukunft noch mehr Arbeit sein wird. Weil die Menschen gehen alle der Arbeit nach. Das ist eigentlich relativ eine einfache Gleichung. Also man sieht, dass da alles, was rot ist, und man sieht natürlich vor allem diesen Raum um Zürich, es geht weit in die Agglomeration hinein. Das sind Agglomerationsräume, das sind heute Top-Anlagestandorte. Und dann weniger attraktiv natürlich dann das ganze Alpengebiet. In der Vergangenheit haben wir jetzt, wir blicken zurück auf eine Zeit von stetiger Wertentwicklung. Also seit der Krise in den 90er Jahren, Mitte 90er Jahre war dann etwa die Bässe, haben sich die Immobilienwert, das ist die hellblaue Linie hier, stetig entwickelt. Das ist eine Wertsteigerung von fast 250 Prozent hier auf den Immobilienwert. Und wenn man denkt, dass viele noch mit Fremdkapital gearbeitet haben, konnte man in dieser Zeit eigentlich sein Eigenkapital, also im Extremfall, verzehnfachen mit Immobilien. Gleichzeitig ist in diesem Zeitraum die Teuerung stetig runtergegangen, also ganz tief geblieben und die Zinsen. Und das bedingt sich eben, also diese Werte, die sind gestiegen, nicht weil die Mieten plötzlich so viel höher wurden in dieser Zeit, sondern weil die Zinsen runtergegangen sind und das bedeutet, dass die Renditeerwartungen der Investoren auch runtergehen. Das heisst, für den gleichen Franken Mietertrag ist man bereit, mehr zu bezahlen, weil man mit einer kleineren Rendite zufrieden ist. Das ist die Vergangenheit, weil jetzt in Zukunft werden wieder andere Gesetze gelten. Also dieser lange Zyklus von Immobilienwertsteigerung, der wird im Moment sicher mal gedämpft. Ob es rückläufig ist, das wissen wir noch nicht so genau. Allerdings ist das Zinsniveau sicher ansteigend. Wir haben eine große Bauteuerung von 10 Prozent in einem Jahr. Die Bautätigkeit geht stark zurück und gleichzeitig sehen wir aber, dass die Wohnungsnachfrage sehr hoch ist. Also wir haben eine Zuwanderung, wir haben eine Alterung in der Schweiz und wir haben auch immer mehr noch die Tendenz, dass die Menschen mehr Wohnraum pro Person brauchen. Also viele, 70 Prozent wohnen heute in ein- und zwei-Personenhaushalten. Das ist extrem. Also Familienwohnungen, wenn man schaut, wie die Leute leben, das ist eigentlich bald ein Nischenprodukt. Das ist ein bisschen extrem formuliert. Und das bedeutet, dass eigentlich Flächenbedarf da ist und jetzt wird weniger gebaut. Und man sieht es jetzt schon, die Leerstände, die Immobilienleerstände, die waren in den letzten Jahren immer tief, aber jetzt gehen sie noch weiter runter. Jetzt sind sie wirklich zunehmend sehr tief und es sieht nicht nach Besserung aus. Das bedeutet, dass wahrscheinlich die Mietpreise steigen werden und die werden aus verschiedenen Gründen steigen. Sie werden auch wegen den Referenzzinsen steigen, weil die Mietverträge, die sind an die Referenzzinsen gebunden und wenn die Referenzzinsen vom Bundesamt zu Wohnungswesen nach oben gehen, wegen den Hypothekarzinsen, die nach oben gehen, dann gehen auch die Mietpreise nach oben. Aktuell, wenn man mit den Investoren, den großen Immobilieninvestoren spricht, dann spüren wir jetzt schon, dass die viel weniger investieren. Sie sind viel vorsichtiger. Vor zwei, drei Jahren wurde gekauft, was man konnte im Markt. Es war alles weg und zu Höchstpreisen. Momentan zahlt man immer noch sehr gute Preise, aber die Nachfrage ist schon deutlich zurückgegangen. Der Grund ist, die sind jetzt daran, ihre Vermögensallokation zu überprüfen. Die haben einen Teil von dem ganzen Vermögen dürfen sie in Immobilien investieren. Die haben sich das zum Teil selbst regeln gesetzt, aber zum Teil ist das auch reguliert von der Finma, dass die nur einen bestimmten Prozentsatz von ihrem Vermögen in Immobilien setzen dürfen. Jetzt sind die Immobilien immer gestiegen im Wert. Sie haben auch noch zugekauft und auf der anderen Seite sind die Aktien jetzt runtergegangen und jetzt stimmt eben diese Allokation nicht mehr. Jetzt sind die am Überlegen und Prüfen, und das hat eine Auswirkung direkt auf die Investitionen. Vorübergehend, ich denke, in einem Jahr wird sich das schon wieder neu geordnet haben. Dann gibt es Themen CO2-Reduktion und ESG, das sind so Nachhaltigkeitsstandards, die spielen eine sehr große Rolle plötzlich, eben weil das auch in der Rechnungslegung Einzug hält. und die Regulierung, die Gesetze, die in den Städten und Agglomerationen kommen, weil der Raum wird knapper und umkämpfter auch. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus Schlieren zeigen, das ist ein konkretes Projekt, wo ich denke, dass es in vielen Teilen eigentlich sehr zukunftsorientiert ist. So hat das am Bahnhof Schlieren ausgesehen, das ist der Bahnhof Schlieren ausgesehen im Jahr 2002. Das war eigentlich mehr oder weniger ein Strassendorf, Schlieren, mit einigen oder relativ viel Industrie noch. Man sieht auch noch ganz viel Grün da drin, überall. Und 17 Jahre später sieht es so aus, und ich kann Ihnen sagen, das geht hier noch genauso weiter auf dieser Seite. Das ist praktisch alles überbaut. Sie sehen fast kein, das ist am Schluss noch, glaube ich, eine der letzten grünen Wiesen, die da oben. Der Rest ist alles innerhalb von 17 Jahren überbaut worden. Das ist extrem viel Kapital, ist da herum. Das Risiko in dieser Gemeinde, Investitionsrisiko, ist sehr gering. Die Nachfrage ist groß, es gibt viel Arbeit. Und das hat eigentlich zu dem Resultat geführt. Schlieren ist ein interessanter Anlage, Investitionsstandort, weil es ist eine Gemeinde, die eine gewisse Marktgröße hat. Sie grenzt direkt an die Stadt Zürich. Und Zürich ist der Raum auch sehr knapp. Da gibt es einen Druck auch in die Agglomerationsgemeinde. Es gibt aber nicht nur viele Einwohner, es gibt auch sehr viele Arbeitsplätze in Schlieren. Also Vollzeit-Äquivalent sind das 16.000. Wenn man auch die Teilzeiten mit berücksichtigt, sind das etwa 20.000. Also gleich viele Arbeitsplätze wie Einwohner. Ich bin nicht mal sicher, ob Basel das hat. Also wenn, dann ist das gerade etwa ähnlich. Ja, dann kommt hier eine exzellente Erreichbarkeit, ÖV und MIV dazu. Das sind Dinge, das ist heute für Immobilieninvestitionen das H und O extrem wichtig geworden. Und die Transformation dieses eigentlichen Strassendorfes zu einer urbanen Stadtgemeinde spielt auch eine große Rolle, weil das zieht ganz neue Zielgruppen an, neue Leute, die dort wohnen wollen. Und im letzten Sommer hat es in Schlieren genau zwei Wohnungen leer gehabt. Diese Gemeinde ist jetzt über 10, 15 Jahre gewachsen, dass sich die Balken biegen. Und man müsste meinen, jetzt kommt doch irgendwann der Wohnungsleerstand. Das ist überhaupt nicht so. Zwei Wohnungen stehen leer. Also es ist Eldorado für Immobilieninvestitionen. Man darf sich fragen, was ist die Gemeinde, die entsprechende Gemeinde in der Region Basel. Ich glaube, es gibt auch hier Gemeinden, die eigentlich ähnliche Voraussetzungen erfüllen. Hier noch ein Beispiel von der Wohnungsnachfrage, blau dargestellt in Schlieren. Da sieht man, wie viele da gesucht haben nach Preisklassen, eine Wohnung gesucht haben. Und rot ist das, was angeboten wurde. Das sind so Auswertungen, Daten, die man heute standardmäßig eigentlich hat, wenn man Standortbeurteilungen macht. Vielerorts, und das ist eigentlich sehr typisch für die heutige Zeit, finden diese Entwicklungen nicht mehr im Rahmen der regulären Bau- und Sonnenordnung statt, sondern man macht eigentlich immer Sonderbauvorschriften. Das heißt, für bestimmte areale Gebiete werden Sonderbauvorschriften erlassen, die eine höhere, dichtere Nutzung ermöglichen, aber auch höhere Qualität an dem Standort sicherstellen sollen. Und so ist es auch im Beispiel von Geistlich-Areal passiert, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Und ich möchte Ihnen ein Projekt zeigen, das heißt Liemhof, das ist von der Geistliche Immobilie. Ja, also wir kennen, oder viele von Ihnen kennen wahrscheinlich noch der Weißleim, das ist der Geistliche Leim, der wurde hier produziert. Es geht um genau dieses Areal hier, das ist eigentlich die alte Fabrik der Geistlich, aber das ganze Gelände da gehört eigentlich heute noch dieser Gesellschaft, das ist eine Immobiliengesellschaft. Sie sind heute im Biotech- und Pharma-Bereich tätig und nicht mehr am Standort Schlieren. Es ist ein Projekt, wo die Geistliche Immobilie als Eigentümerin, selbst als Bauherrin auch aktiv auftritt. Also sie nimmt da ihre Rolle und Verantwortung wahr. Sie versteckt sich nicht hinter dem, sage ich jetzt mal, irgendwie hinter einem Briefkasten, sondern sie sind aktiv sichtbar und kommunizieren auch mit der Gesellschaft, mit dem Umfeld. Ich glaube, es ist für künftige, grössere Projekte eine absolute Notwendigkeit. Man kann nicht mehr den Anwalt schicken und er regelt dann alles, sondern dann muss eigentlich der Vertreter der Eigentümerschaft vorne hinstehen und das tun sie in großem Masse. Wir haben in diesem Bereich hier eine Marktanalyse und die Konzeption dieses Projekts vorgenommen und das Konzept möchte ich Ihnen kurz vorstellen und vor allem auch das Resultat. Es geht um ein Projekt mit 350 Wohnungen, das ist so eine eher grössere Überbauung. Die Baukosten sind etwas über 200 Millionen, das Anlagevolumen etwas über 300 Millionen und es gibt einen Anteil Gewerbeflächen dabei. Das Projekt sieht so aus. Es ist eigentlich direkt am Bahnhof gelegen. Hier gibt es die Bahnhofunterführung, die führt eigentlich direkt auf das Baufeld. Es ist ein großes Baufeld inmitten einem Park. Wir haben vorhin den Gestaltungsplan gesehen, das ist ein großer Park, das ist ein naturnaher Park, der da rund um dieses Baufeld ist. Es gibt ja weitere Baufelder rundherum. Und an diesem Baufeld hier ist eigentlich von Anfang an das Ziel, ein Konzept zu erarbeiten, wo es ein sehr dichtes Raumprogramm gibt mit sehr vielen verschiedenen Nutzungen. Es ist ein Art Stück Lebensraum, wo eben verschiedene Nutzer und verschiedene Zielgruppen, verschiedene Bedürfnisse zusammenkommen und auch abgedeckt werden. Es gibt hier zum Beispiel sehr effiziente Geschosswohnungen. Ich zeige Ihnen, was man sich überlegt hat. In der Bestellung, ich rede jetzt immer auch von der Bestellung, weil der Bauherr, der Investor, ist auch ein Besteller, er geht nicht einfach zum Architekt und sagt mal, sondern er muss eine klare Vorstellung haben, was er eigentlich will. Und das ist hier genau so passiert. Es gibt in diesem Projekt auch einen Anteil von Studentenwohnungen. Also es ist die Juwo, das ist eine Organisation von Zürich, die hat, ich meine, es sind etwa 10, 15 Wohnungen da drin, die sie anmietet und im Prinzip jungen Menschen zur Verfügung stellt zum Bewohnen. Es gibt Alterswohnungen da drin, das ist mit der Gemeinde, also mit der Stadt Schlieren ausgehandelt worden. Die Stadt Schlieren hat, ich glaube, es sind etwa 30, 40 Alterswohnungen und hat das Anrecht, diese Wohnungen, wenn sie frei werden, immer zuerst zu vermieten. Also sie haben quasi ein Vormietrecht, wo sie das ihren Menschen in der Gemeinde, älteren Menschen, die Alterswohnungen brauchen, zuweisen können. Und es gibt darüber hinaus dann auch noch ein bisschen speziellere Wohnungen, Atelierwohnungen und mittendrin gibt es eine Riesenhalle, die hat eigentlich die Dimension von einer Dreifachtourenhalle. Das ist eine Art Möglichkeitsraum. Es ist eine sehr große Halle, die für sehr viele Nutzungen auch in Zukunft da sein kann. Ich zeige Ihnen, was da jetzt dann passiert. Und es gibt ein Gästehaus mit einem Hotel, also es sind 30 Hotelzimmer. Das ist eben nicht das große 200 Zimmer Hotel, sondern es ist ein Hotel, das sehr viel mit den Nutzungen hier zu tun hat, mit dem Bahnhof, mit der Gemeinde, mit dieser Idee von einem Lebensraum, wo die Menschen hier nicht nur stetig leben können, sondern eben wo es auch Raum gibt für Zuzüger, für Leute, die umständehalber vielleicht eine Wohnung für kurze Zeit brauchen. Und es ist in dem Sinn eigentlich ein ergänzendes Angebot. So sieht das Projekt dann im Modell aus. Diese Nutzungen, die verteilen sich nicht nur in der Horizontale, sondern sie sind eben auch in der Vertikalen geschichtet. Also man sieht dann hier zum Beispiel Großwohnungen, die auf dem Hotel oben drauf sind, die man auch gleichzeitig über das Hotel bewirtschaften könnte, wenn man möchte. Hier gibt es noch einmal spezielle Wohnungen auf dieser Halle und hier weitere Duplexwohnungen, spezielle Atelierwohnungen auf der Seite. Und zum Bahnhof hin ist eine Gewerbenutzung, die eben sehr stark auch mit dem Standort dort zu tun hat. Jetzt diese Grundrisse, die man da bestellt hat, das sind Grundrisse. Es ist immer alles aus Risikoüberlegungen, was ich Ihnen sage, weil die Bauerschaft der Meinung ist, dass solche Konzepte, solche Nutzungen, solche Themen auf lange Frist Ihnen eigentlich das Geld, das Sie hier anlegen werden, dass das gut angelegtes Geld ist, dass eben diese Nutzungen auch in Zukunft gefragt sein werden. Und das ist auch bei den Grundrissen so, das sind Wohnungen, die auf extrem unterschiedliche Art und Weise genutzt werden können. Es sind auch günstige Wohnungen, sie sind nicht sehr groß, also das sind zum Beispiel jetzt die Größeren hier, die sind 98 Quadratmeter groß und Sie haben, es ist eigentlich eine 4,5 Zimmer Wohnung, aber es ist eine Wohnung, da können vier, die ist wegetauglich, da können vier Menschen unabhängig voneinander drin leben. Die Zimmer sind alle gleich groß, sie haben einen hohen Nutzwert, weil man kann in diesen Zimmern eben nicht nur ein Bett hinstellen, sondern man kann eigentlich noch viel mehr machen in diesen Zimmern und die Küche ist eigentlich mindestens so groß auch wie ein Zimmer, dass sie eben auch als Wohnküche taugt. In dieser Wohnung, das ist eine Doppelflügeltür, kann man aufmachen, dann kann man diese Wohnung auch wie eine konventionelle Wohnung mit einem offenen Wohnraum und Küche nutzen oder man kann den Wohnraum auf dieser Seite machen, da gibt es dann eine Schiebewand und dann hat man hier die Schlafzimmer. Also es gibt eigentlich ein sehr breites Nutzungsspektrum für so eine Wohnung und trotz allem ist sie eben nicht sehr groß. Und dasselbe ist hier mit dieser 3, das ist eine 3-Zimmer-Wohnung und theoretisch ist es gut möglich, dass in dieser 3-Zimmer-Wohnung auch eine Familie, eine Familie mit zwei Kindern lebt für eine bestimmte Zeit. Das sind dann eher beengte Verhältnisse, muss man sagen. Man hat dann eigentlich diesen Gemeinschaftsraum zusammen, also Familienraum, aber die Eltern und die Kinder haben dann immer noch ihre Einzelzimmer und in einer 3-Zimmer-Wohnung. Das ist nicht selbstverständlich, dass das eine 3-Zimmer-Wohnung diese Größenordnung überhaupt leisten kann. Das sind dann ergänzende Wohnungsangebote auf diesem Hallendach. Das sind Duplex-Wohnungen, da hat man auf einem Dachgarten, gibt es dann Zugänge zu diesen Duplex-Wohnungen mit einem Wohn- und Essraum oben, da geht man runter und unten hat man dann zwei Schlafzimmer. Auch diese Wohnungen sind relativ knapp gehalten, aber es sind eigentlich wie Mesonet-Wohnungen, die auch relativ viel Außenraum anbieten. Und das Interessante ist dann die Halle darunter, man überlegt sich sehr stark, es muss nicht eben eine Dreifachturnhalle sein, sondern es kann auch eine Gewerbehalle sein, die aufgeteilt wird in verschiedene Gewerbetreibende, das sind dann so Schnitze. Es kann aber auch eine offene Halle sein für das Quartier und das ist das, was jetzt stattfindet. Jetzt kommt YASAI da hinein. YASAI, das ist ein ETA-Spinoff, die machen Vertical Farming. Die Pflanzen in dieser Halle, ich weiss nicht wie viele Stockwerke das sind, das ist eigentlich wie ein Hochregallager, da werden die Kräuter für Goop und Migros mitten in dieser Wohnüberbauung drin angebaut, dort gerüstet, verpackt und dann geht das in der Stadt Zürich in die Geschäfte. Und das ist, denke ich, auch etwas, das halt sehr viel damit zu tun hat, dass man hier diese verschiedenen Nutzungen zusammenbringen kann, erlebbar machen kann. Hier noch ein Beispiel zu diesem Gasthaus, das hat auch mit Sicherheit im Areal zu tun, es ist der Ankunftsort, es ist der Ort, wo sich die Leute orientieren, es ist ein ergänzendes Angebot für die Wohnungen, weil wenn in diesen Wohnungen eng gelebt wird, dann braucht es vielleicht auch Raum, wo man an einem Fußballmatch oder so außerhalb der Wohnung schauen kann. Es hat auch Treffpunkt, Treffpunktfunktion, dieses Café, Restaurant, darüber dann diese Hotelzimmer. Die Bewirtschaftung ist angedacht von einer Stiftung, die für Arbeitsintegration sorgt. Also das sind Stiftungen, da gibt es in Zürich einige, die das machen. Die versuchen Menschen, die benachteiligt sind im Arbeitsleben, wieder ins Arbeitsleben zu integrieren. Und die können solche Leidenschaften bewirtschaften. Und darüber sind eine Großwohnung noch angeordnet, die man auch bewirtschaften könnte. Nebst den Konzepten und Inhalten geht es auch um die Materialisierung, um Nachhaltigkeitsfragen. Und auch hier hat man versucht, einen sehr ressourcenschonenden Einsatz zu machen. Also am liebsten hätte man alles aus Holz gebaut, aber weil man direkt an der Bahnlinie ist. Das ist wie in Bratteln, da gibt es viel Güterverkehr, auch in der Nacht, das ist sehr lärmig. Es gibt viele Erschütterungen auch, ist in diesem Bereich zur Bahnlinie hin Holzbau nicht möglich. Und deswegen hat man dort auf ein Recyclingbeton gewechselt. Und im hinteren Teil ist dann eigentlich alles in Holzbau realisiert. Die PV-Geschichten, die kommen nicht nur aufs Dach, die kommen zum Teil auch in die Fassade. Das Ganze ist mit Fernwärme, das ist eigentlich der Standart heute. Aber wichtig ist das, SNBS, das ist der Standart nachhaltiges Bau in der Schweiz. Das ist ein Standart, der sich in Zukunft vermutlich in der Schweiz für alle grösseren Planungen durchsetzen wird. Geht man jetzt im Moment davon aus. Relativ ein strenger Standart. Die Anforderungen gehen dann weiter. Sie gehen auch in den Freiraum, weil die Investitionen und das hat einfach, man weiss heute, dass die Umgebung, die Freiräume, einen sehr großen Einfluss auf den Wert der Immobilie hat. Es wertet die Wohnungen auf, es erleichtert die Vermietbarkeit, es hat einen Einfluss auf die Erträge der Wohnungen. Und deswegen wird auch da relativ viel investiert und viel überlegt zu diesem Thema. Es geht dann auch weiter, was die Partizipation beim Grünraum betrifft. Hier zum Beispiel wurden die ganze Vegetation, das ist eine heimische Vegetation, die hier vorgesehen ist. Diese Vegetation, die wurde eigentlich jetzt schon gepflanzt im Umfeld und zwar von den Nachbarn. Und die wird dann, wenn das Projekt fertig ist, wird das umgepflanzt. Es geht eigentlich auch da wieder um Partizipation, um Kommunikation. Und dieses ist wirklich ein sehr großes Projekt. Da muss man die Menschen aus dem Umfeld auch mitnehmen. Und letztlich geht es auch darum, natürlich da aktiv zu kommunizieren mit der Umwelt. Und da arbeiten diese großen Investoren heute eigentlich alle mit Kommunikationsagenturen zusammen. Aber das sind keine Werber, sondern das sind Agenturen, die sehr viel von Prozessen verstehen, von Kommunikation verstehen. Und sie verstehen sehr viel von Immobilien auch. Ja, ich glaube, es gibt momentan einen Wendepunkt in den ganzen Immobilieninvestitionen, bei den Immobilieninvestitionen. Weil wer heute Erfolg haben will mit diesen großen Projekten, wer sein Kapital im Markt noch investieren will, an den Standorten, wo es auch attraktiv ist in den Agglomerationsräumen, der muss sich um die Politik und um die Gesetze, um preisgünstiges Wohnen, er muss sich um Nachhaltigkeitsthemen, er muss sich um Kommunikation wirklich aktiv kümmern. Wenn er das nicht tut, dann ist er weg und dann ist das Kapital verpufft. Und letztlich ist aber nicht der Bauherr derjenige, der gestaltet, sondern es ist immer noch die Architektur, die Planer, die das eigentlich dann umsetzen und in eine Form bringen. Das ist nicht alles nur schön geredet, weil heute gibt es viele Untersuchungen und auch Umfragen zu diesem Thema. Es gibt im Markt auch heute eine zusätzliche Zahlungsbereitschaft für solche Immobilieninvestitionen. Also die großen Immobilieninvestoren sind bereit, für solche Projekte wie das da mehr zu bezahlen als für andere. Das hat man genau untersucht und man weiß, dass das so ist. Und das führt natürlich dazu, dass heute auch viel mehr in diese Richtung gearbeitet wird. Und die Regulierung schreibt diesen großen Immobiliengefäßen vor, dass sie bilanzieren, dass sie ihre Tätigkeiten im Bereich Environment, Social and Governance jedes Jahr prüfen lassen, unabhängig und in den Geschäftsberichten auch dokumentieren. Da sind wir immer noch am Anfang, aber in Europa ist man eigentlich schon weiteres in der Schweiz. Also dort ist wirklich eine riesen Nachfrage nach diesen ESG-Zertifizierungen. Aber auch die Schweizer Immobilieninvestoren sind auf unterschiedlichen Pfaden, da sind ganz viele verschiedene Zertifikate, die es da gibt, sind die unterwegs. Und die zertifizieren mittlerweile alle durchgehend nach bestimmten Kriterien. Und was man hier sieht, diese Kriterien, rot sind soziale Aspekte, blau sind Aspekte der Wirtschaftlichkeit und grün sind Aspekte der Umwelt. Man sieht, je nach Label, je nach ESG-Zertifikat, sind da unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. Es gibt solche, die im Bereich von Social Impact, also soziale Aspekte, wenige Vorschriften machen. Das sind vor allem solche, die in Europa geläufig sind. Und das Unschöne an dieser ganzen Geschichte ist, es gibt keine einfache Lösung. Wir sind eigentlich an einem Punkt, wo wir diese Zielkonflikte, die es heute gibt, ganz, ganz extrem spüren. Auf der einen Seite brauchen wir günstigen Wohnraum in den Agglomerationsräumen, aber wir vernichten den alten Bestand, um viel Neues zu bauen, das vielleicht nachhaltiger ist, was die CO2-Emission betrifft, das vielleicht auch die Siedlungsfläche besser nutzt, weil es doppelt so groß ist, aber es wird eben auch günstiger Wohnraum vernichtet. Und da gibt es eine ganze Reihe von Themen der Gesellschaft, die uns allen wichtig sind. Und man kann nicht überall das Optimum erreichen, sondern es geht eigentlich darum, projektspezifisch zu schauen, was ist der beste Weg. Und in ganz vielen Fällen, das ist eine Studie, die wir gemacht haben, in sehr vielen Fällen ist es eben sehr lohnenswert, den Bestand auch stehen zu lassen, und mit dem Bestand allenfalls auch einfach zu sanieren, mit günstigen Mitteln. Man kann eigentlich in einem ersten Schritt vor allem der Energieträger mal entscheiden. Also man kann eigentlich, wenn man einen nachhaltigen Energieträger hat, hat man, was die CO2-Emission betrifft, schon relativ viel erreicht, und man hat eigentlich immer noch günstigen Wohnraum. Was natürlich dort das Problem ist, die Verdichtung und die Zusatznachfrage nach Wohnraum wird so nicht befriedigt, das ist das andere Thema. Aber der Abbruch bei gleicher Ausnutzung, also ohne mehr Fläche zu machen, also man bricht bestehend es ab und baut es neu mit der gleichen Fläche, das ist eigentlich eine Dummheit, weil da hat man wirklich, man vernichtet sehr viel graue Energie und baut das Gleiche mit wieder neuer, grauer Energie und hat eigentlich dann am Ende auch noch teure Wohnungen, weil es Neubauwohnungen sind. Das ist etwas, wenn man die Gesamtbewertung anschaut, eigentlich selten lohnenswert ist. Wenn man neu baut, dann muss man wirklich stark nachverdichten und deutlich mehr bauen können, damit sich das auch auf diesen Kriterien wirklich rechnet. Jetzt vielleicht zum Abschliessen noch etwas ganz Entscheidendes, wo befinden wir uns heute? In einer einfachen Investitionsrechnung ist es so, eine Liegenschaft hat einen Mietertrag, er hat eine Renditeerwartung und wenn man den Mietertrag kapitalisiert, gibt das einen bestimmten Ertragswert. Jetzt kann man von diesem Ertragswert die Baukosten in den Abzug bringen und was übrig bleibt, ist das, was man für das Land eigentlich zahlen kann. Das ist eine ganz einfache Investitionsrechnung. Landkosten, das Baukosten ist gleich hoch wie der Ertragswert am Ende. Jetzt passiert Folgendes, jetzt haben wir momentan, das müsste ein Plus und nicht ein Minus sein, jetzt geht das Zinsniveau nach oben. Das heisst, die Renditeerwartung der Investoren muss zwingend auch mitgehen. Dann passiert, dass der gleiche Ertrag mit einem höheren Zins kapitalisiert wird. Das bedeutet, dass der Ertragswert runtergeht. Er wird tiefer, bei einem 50 Basispunkt höher, als wenn man zum Beispiel von 2,5% kapitalisiert auf 3% kapitalisiert, dann geht der Ertragswert runter. Und jetzt kommt die Bauteuerung dazu. Diese Kosten da, die sind noch 10% höher geworden innerhalb von einem Jahr. Und wenn man das anschaut, passiert eigentlich etwas Dramatisches mit den Landwirten. Dass die Investoren könnten eigentlich für das Land diesen Preis, den sie früher bezahlt haben, gar nicht mehr bezahlen. Und das ist ein Thema, ich glaube, das werden wir spüren in den nächsten Jahren, dass diese Landwirte, wie sie in der Vergangenheit waren, stark unter Druck kommen. Und diejenigen, die schon gekauft haben zu diesen Preisen, die werden ein Problem bekommen bei der Entwicklung. Weil die können sich gar keine Fehler mehr leisten. Und was dann passieren muss, eigentlich müssten die für das gleiche Projekt 20% mehr Ertrag haben, damit dieser Landwirt, den sie mal bezahlt haben, sich überhaupt noch rechnet. Und da gibt es eine Entspannung momentan. Also man geht davon aus, dass diese Erträge hochgehen. Die Leute haben auch potenziell mehr Importmonee in naher Zukunft, weil die Teuerung schlägt sich auch in den Löhnen nieder. Aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Und das wird, denke ich, eine Herausforderung werden. Gerade für diejenigen, die jetzt im Entwicklungsgeschäft drin sind und Land gekauft haben, aber noch nicht gebaut haben. Ja, letztlich ist es wichtig, und das haben die Immobilieninvestoren, die großen Immobiliengefäße immer gern, wenn sie in ihren Portfolios Liegenschaften haben, die quasi diese Botschaften des nachhaltigen Bauens quasi für bildlichen und in verständlichen Konzepten umsetzen. Und mein Fazit zur Frage Form follows Finance. Ich bin der Meinung, die Form ist immer noch eine Frage der Planer. Sie entscheiden, wie die Form stattfindet. Aber ganz wichtig ist die Bestellung des Bauherrn. Und viele Bauherrn haben sich mit dieser Verantwortung in der Vergangenheit doch häufig ein bisschen gedrückt und vieles den Planern überlassen. Und ich glaube, das ist vorbei. Es ist eine Zeit, wo der Bauherr wieder vorne hinstehen muss und er muss sich um diese Themen, diese gesellschaftlichen Themen, die momentan im Raum stehen, aktiv kümmern und auch Verantwortung übernehmen. Und das Kapital hier, das war eigentlich immer das Kapital, das folgt einfach den Voraussetzungen der Zeit. Dorthin, wo es gehen muss, wo die Gesellschaft es braucht. Das ist im Großen, im Einzelfall gibt es natürlich immer Irrwege und abartige Geschichten, von denen hört man dann, aber im Großen und Ganzen funktioniert die Welt eigentlich da relativ normal und banal. Das ist so meine Meinung zu dem Thema. Besten Dank. Sie haben ja erzählt, dass Sie auch gerne Holz einsetzen als nachhaltiges Material. Und meine Frage dazu ist, es ist ja auch nachhaltig, wenn ein Gebäude lange lebt. Und wie ist denn da die Lebensdauer mit dem Holz? Also haben Sie da neue Materialien, neue Dinge? Man geht eigentlich davon aus, dass das überhaupt kein Problem ist, weil Holzbauten kennen wir ja zum Teil mehrere hundert Jahre alte Bauten. Es wird auch extrem viel geforscht in dem Bereich. Also ich glaube, ein Holzbau gibt keinen Grund, warum der weniger lang halten sollte als ein anderes Gebäude. Also das ist eigentlich die weitverbreitete Meinung und auch die Expertise, die man hat. Es gibt sicher Orte, wo man Holz nicht einsetzen sollte im Bau oder wo es eher problematischer ist. Häufig zum Beispiel auch in der Fassade. Früher hatte man Holz, da war es wichtig, wenn man mit Holz baut, muss man es überall sehen. Heute ist es so, dass man sagt, Holz ist einfach eine Bauressource, ist ein Baumaterial. Weil man kann es einsetzen wie Beton und man kann es auch verkleiden mit etwas, das vielleicht beständiger ist als das Holz. Aber Holz ist nicht unproblematisch, möchte ich sagen. Also es gibt, auch Holz ist nicht die Lösung von allem, oder? Es kommt nämlich sehr stark darauf an, woher das Holz kommt. Das Holz wird heute um die ganze Welt geschifft und verkarrt. Obwohl wir in der Schweiz eigentlich genügend Holz hätten, aber da ist auch ein riesiger Markt, da wird einfach umhergeschoben, dass sich die Balken biegen und da ist extrem viel der Transport. Der Transportweg ist einfach ein riesiges Problem. Bei Beton hat man zum Beispiel keine Transportwege, weil der muss immer lokal produziert werden. Aber lokales Holz und wenn man noch darauf schaut, es gibt dann Konstruktionsweisen, die besser sind als andere, das hat einen grossen Vorteil. Es ist sehr nachwachsend auch. Für so ein Projekt wächst Walde wahrscheinlich in der Schweiz innerhalb von einer Stunde nach oder noch weniger. Dann hat man das in Holz gebaut, das ist eigentlich verrückt. Und es ist auch, vom Club of Rome hat ein Referent, der bei uns mal gesprochen hat, gesagt, Holz ist eigentlich die Chance der Menschheit, momentan Zeit zu gewinnen. Wir können die Wälder schlagen und das Holz nicht verbrennen. Solange wir es nicht verbrennen und lagern, ist es nichts anderes als ein CO2-Lag. Wenn wir wieder aufforsten, dann geht es runter, wir schneiden es, lagern. Irgendwann geht diese Geschichte dann auch nicht mehr auf. Aber in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ist das eine Möglichkeit, hier Gutes zu tun. Vielleicht noch eine Folgefrage mit der Dauer. Es gibt ja Länder, die in den Amortisationen von Eigentum, ich glaube in Frankreich, muss jeder sein Haus in 20 Jahren abbezahlt haben oder so was. Bei uns ist es ja ewig, gar nicht richtig. Und dann gibt es ja Länder, wo jagen und so etwas ewig. Mit was hat das auch zu tun? Warum ist das so unterschiedlich und so was hat das im Kleinanzen für ein Grund oder für eine Auswirkung? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich glaube, es hat schon sehr viel Kulturen. Interessant, oder? Das ist ja super, Frankreich gehört es dir da. Bei uns gehört ja nichts, oder? Wir haben einfach Schulden bei den Banken und können dann wieder neu aufnehmen, weil es ja dann mehr, das kleine Häuschen ist dann ja plötzlich eine Million wert, was ich mal vor 30 Jahren für 200.000 gegeben habe. Da kann ich dann ganz viel renovieren, weil ich bin ja dann ganz reich auf dem Papier. Also es ist schon interessant, oder? Ja, also Wohneigentum ist bei uns eigentlich ein Luxusgut im Vergleich zu Italien zum Beispiel, oder auch Frankreich. Die meisten Menschen leben dort in Wohneigentum. In Deutschland ja auch, Holland sowieso, soviel ich weiss. Und das hat sehr kulturelle, ich glaube, es hat vier kulturelle Gründe auch. Ja, also wir sind ein Volk von Mietern, immer noch. Wir fangen mit einer Anlage für die Hand, dass wir die Hypotheken ideal dazu gehen. Und das Risiko von der Altersentwertung, das nehmen wir ja weg, indem, dass die zweite Hypothekung muss amortisiert werden. Aber der Sockel, der Basisockel von der ersten Hypothek, wenn ich mir schuldig bin, wie vorgegangen wäre, gibt es Bewertungsunterschiede zwischen Holz- und Massivbauten auf der Finanzdichte? Nein. Ist beides gleich bewertet? Das wird beides gleich beurteilt. Ich würde sagen, in Zukunft wird es wahrscheinlich in der Kalföger eher besser beurteilt werden. Weil das eben auf die ESG-Kriterien einzahlt und den Investoren hilft, sich dort in ein gutes Licht zu bringen. Und das hilft ihnen an der Kapitalmarkt. Merci. Die Indikatoren, die Sie am Anfang präsentieren, und am Schluss nochmal, das sieht ja alles als etwas Positiv, als optimistisch aus. Und da kommen Konfliktlinien auf uns zu, mit dem Leerwohnungsbestand, steigenden Hypothekarzinsen, Nachhaltigkeit, Regulierungen und so weiter. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Am Schluss haben Sie so einige Sachen gesagt, die vielleicht noch etwas die Situation lindern können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Und schon nur, wenn man vergleift, das Salerniv, oder natürlich nicht, im gleichen Maße verlaufen, wie die Entstehungskosten und so für den Markt. Sehen Sie, also ich bin da etwas pessimistisch, sehen Sie da Auswege? Kann sich da irgendetwas, Konflikte, die ausbrechen, die irgendwie zu einer stärkeren Umkehr führen, als wie es am Schluss, die letzten zwei, die Sie gezeigt haben. Also ist das möglich? Vielleicht habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Also die verschiedenen Indikatoren, also die Zunahme der Nachfrage, der mangelnde Möglichkeiten zu bauen, die steigerte Zinsniveau und die übergegangenen Inflation, das spielt ja auch eine Rolle. Also das sind alles eine Konfliktlinie, die irgendwo dann sich überkreuzen. Ja, ich sehe es insofern positiv, als ich denke, wir haben in den letzten 20 Jahren eine Eldorado gehabt, das auch wirklich zu ganz vielen Dummheiten geführt hat. Man hat sich nicht mehr überlegt, was man tut. Es ging einfach darum, irgendwie das Kapital in Immobilieninvestitionen zu bringen. Und man hat sehr viele Dummheiten gemacht. Und ich glaube, diese Dummheiten, die können wir uns heute nicht mehr leisten. Und das ist eigentlich das Positive daran, dass man wieder denken muss und wieder Verantwortung übernehmen muss für das, was man tut. Das Negative ist einfach, dass es keine einfachen Lösungen für diese Probleme gibt. Und es wird, man wird, das ist wahrscheinlich schon immer so gewesen in der Menschheit, das ist wie Wasser, das sucht immer wieder seinen Weg und es findet seinen Weg. Und es wird nie die ganz perfekte Lösung geben. Das nächste Problem steht dann auch wieder vor der Tür. Das wissen wir noch nicht genau, was es ist. Aber ich glaube, es wird schon weitergehen. Und die Probleme sind auf dem Tisch, aber es gibt keine einfachen Lösungen dafür. Und dass man jetzt umdenken muss, das, glaube ich, das liegt auf der Hand. Und das, glaube ich, führt auch dazu, dass auf den Immobilien, also auf der Investorenseite, ein großes Umdenken stattfindet. Deswegen das Zitat am Anfang auch. dieser Investor, der da sogar sich freiwillig den preisgünstigen Wohnen unterstellt und mir sagt, es geht nicht mehr so weiter wie in den letzten 20 Jahren. Wenn wir noch existieren wollen, dann müssen wir uns um diese Themen kümmern. die Frage bezüglich Wohnbauflächen versus Arbeitsraumflächen. Also davon ausgehe, ich wohne in einer Wohnung und der ganze Tag, wo ich arbeite, steht hier nämlich leer. Es ist beheizt, hat Internet, hat alle möglichen Sachen, die man braucht. Und wir wissen seit Corona, dass es ja, es gibt ja diese ganzen Möglichkeiten von Homeoffice oder am Arbeitsplatz zu Hause, respektiv das umzuladen. Reaktiert da die Finanzwelt schon raus? Also respektiv, wenn man von wenig Leerstamm von Wohnungen ausgeht, grundsätzlich, kann man auf der anderen Seite sagen, es steht sehr viel Wohnraum ja eigentlich grundsätzlich leer. Das ist wichtig. Wenn man es, also die Leute besetzen das einfach quasi, machen Wohnungsbesetzung und sind am Arbeitsplatz, so wie ich zum Beispiel, da wäre eigentlich ja Potenzial im Prinzip. Also ich denke, die Tendenz ist schon da. Man baut eher wieder ein bisschen grössere Wohnungen, weil man weiß, dass sich die Menschen tendenziell auch wieder ein bisschen mehr in der Wohnung aufhalten, weil das Homeoffice ist wirklich, das ist nicht nur eine Corona-Geschichte, die wieder gegangen ist, also wir sehen das auch bei uns. Das ist eine Tatsache. Aber das Erschreckende ist eben, dass die Menschen sind wirklich dort auch ein bisschen beschränkt. Also es führt nicht dazu, dass wir weniger Büroraum brauchen. Im Gegenteil. Der Büroraum nimmt sogar auch noch zu, weil die sozialen Aspekte im Büro werden plötzlich wichtiger. Es zählt nicht nur der Arbeitsplatz, der Tisch, sondern jetzt zählt noch der Sozialraum, wo man die Menschen trifft, weil man trifft sie ja nicht mehr so oft, wenn man noch im Homeoffice ist, als wenn man dann im Büro ist, dann will man noch bespast werden und es gibt noch Events und, 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 und das braucht alles Flächen. Und deswegen sind die Büroflächen eigentlich nicht zurückgegangen. Und weil man jetzt mehr zu Hause ist, oder? Also ich habe sehr interessant gefunden an den Beispielen, die eigentlich starke Nutzungsmischung, also wo ja Wohnraum teilweise auch so eine Produktionsfalle wie Gesetz war, oder auch im Hotel. Und wenn man aktuell schaut, was in der Arial jetzt hier in der Akkommuneration angefragt wird, dann ist das, also viel Sinn, klar, einfach nur wohnen oder vielleicht irgendwo nur Gewerbe und was anderes ließe sich tendenziell nicht verkaufen und eigentlich auch nur eine Art von Wohnung. Und das ist ja jetzt aus Sicht Stadt und Gesellschaft sehr schade, weil es eine unglaubliche Verarmung ist. Und ich finde das jetzt ziemlich inspirierend. Ich habe nur das Gefühl, dass es doch bei noch so vielen Anliegern vielleicht noch nicht angekommen ist, oder man davon ausgeht, dass es von den Bewohnern nicht geschätzt würde, nicht angenommen werden würde. Dabei zeigt ja vielleicht der Hinweis, dass es so wenig Leerstand gibt und dass auch andere Wohnmodelle durch die Bestehenden ersetzen könnten. Also das ist nicht ein absolut typisches Beispiel, das ich jetzt gezeigt habe. Es ist ein Beispiel, wo ich glaube, in Zukunft wird es mehr solche Beispiele brauchen. Und ich glaube, es sind Beispiele, die für die Investoren, also wo sich die Investoren auch vermehrt dafür interessieren werden. Weil es hat mit Resilienz zu tun, also wie widerstandsfähig ist so ein Wohnprojekt. Oder so eine Überbauung. Und wenn sie eben verschiedene Nutzungen aufnehmen kann, wo in sich miteinander ein Mehrwert für die Bewohner entsteht, dann ist so ein Projekt auf Dauer viel, viel resilienter gegenüber Veränderungen im Umfeld. Und diese reinen Wohnüberbauungen, diese Schlafquartiere etc., ich glaube, das ist wirklich, das ist etwas, eben für die 80% Investoren, die immer zwei, drei Schritte hinterher hinken. Weil die Wohnungen vermieten, also Wohnungen vermieten in der Automation ist wirklich kein großes Kunststück. Und die machen es sich ein bisschen einfach. Ich glaube, eben in Zukunft zählen noch andere Aspekte. Und sie müssen das auch, einige müssen es noch nicht, Pensionskassen müssen das Zeugs alles nicht bilanzieren. Da fragt gar niemand nach. Also die Pensionskassen sind in diesen ganzen Themen, sind die eigentlich dort also mehrheitlich sehr rückständig. Das sind eigentlich diejenigen, die an Kapitalmärkten operieren, Versicherungen vielleicht und so, fast noch ein bisschen progressiver. Bei dem Projekt eigentlich wenig. Wenig. Das ist wirklich ein privates Projekt, die da einfach diese Haltung haben. Und das finde ich auch verstehen und sich natürlich gut beraten lassen. Ich hatte sie damals zu einem Vorgespräch. Die wissen gar nicht so, was die eigentlich haben und so. Also was wir eigentlich haben, das ist noch ganz interessant. Sie haben jetzt auch nichts von der öffentlichen Hand gesagt. Das kam gar nicht vor. Zum Beispiel habe ich gehört, es sind nur 2% der Wohnungen wirklich in der öffentlichen Hand. Da und wenn wir so viel vor und das günstige Wohnungen in der Stadt bauen sollen, ist das noch schwierig. Aber es gibt noch Areale, die sind in der öffentlichen Hand, wo dann andere bauen. Man ist ein bisschen mehr, aber es ist Maximum 10%. Aber ich finde das noch einfach interessant. Zum Beispiel haben wir uns in Basel gebaut jetzt das DBM, das jetzt da schon doppelt so viel Kostenforsorge angefangen hat. Also das Biomedizin, das wird ja von der Uni von der Gefahrt finanziert. Aber sonst ist ja der Staat immer noch, die finanzieren das ja nicht. Die nehmen das von den Steuergeldern, so mein Wissen sieht da was drüben. Und was spielen eigentlich die öffentliche Hand für eine Rolle in der ganzen Geschichte? Das haben wir hier ein einziges Portfolio. Man sieht es hier, bei den Mietwohnungen ist die öffentliche Hand eigentlich, also Immobilien in Basel-Stadt ist wahrscheinlich unter den PKs, weil die verwalten vor allem das Pensionskassenvermögen. Aber sonst eben, die öffentliche Hand ist eigentlich in diesen Bereichen, da die graue Fläche eigentlich sehr, sehr schwach vertreten. Die öffentliche Hand investiert vor allem in Infrastruktur, das ist das Verwaltungsvermögen, die sie hat. Das Finanzvermögen ist meistens relativ klein bei der öffentlichen Hand. Und natürlich, dieser grüne Teil, der spielt eigentlich immer mehr eine Rolle, das sind die Genossenschaften. Die möchte man stärken in den Städten, weil Genossenschaften, die bieten ihre Wohnungen ja zur Kostenmiete an. Das heisst, die sind nicht am Markt orientiert mit den Mietpreisen, sondern an den tatsächlichen Kosten und den Verzinsungen, die sie haben für das Kapital, das sie brauchen. Und das führt dazu, dass die Genossenschaften eigentlich auf lange Frist sind das alles Wohnungen, die dem Markt entzogen sind. Und das gibt natürlich eine gewisse Stabilität und Ruhe, vor allem auch im preisgünstigen Bereich, und die Städte wollen das eigentlich stärken. Auch in Basel will man das machen, oder in Zürich, da sagt man dann 30 Prozent zum Beispiel der zukünftigen Wohnungen, das sei das Ziel, sollen Genossenschaftswohnungen sein. Aber mit anderen Worten, der Staat kann es eigentlich nicht rumreißen, dieses Bein, also der kann das nicht lösen? Nein, der ist auf die privaten Akteure eigentlich angewiesen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die sehr fit sind, die privaten Akteure, und diesen preisgünstigen, das Bedürfnis nach preisgünstigem Wohnen wirklich auch decken und anbieten können. Es braucht dazu, das muss man nicht zwingend, nicht zwingend regulieren. Ich will da auch mal zu sagen, weil man sieht ja in manchen großen deutschen Agglomerationen auch, dass dort, wo der Staat etwas gebaut hat, dass das wirklich Sozialwohnungen sind, die das Leben haben als erstes Ziel, aus diesen Sozialwohnungen herauszukommen. Also das ist wirklich, ich glaube, die Kompetenz, die die öffentliche Hand hat, da manchmal, ich will nicht sagen, in allen Fällen, das ist dann vielleicht nicht so. Die privaten Akteure machen doch immer noch etwas anderes oder eine Durchmischung von mir aus oben, vielleicht teurere, weiter unten, vielleicht nicht so teurer, aber dann ist das ganze Gebäude doch gut gewartet. und eine andere TNT, das ist einfach gesünder, als wenn man ganze Sozialwohnungsbauten hochzieht mit Liften, das kennen wir alle aus dem Film, mindestens oder sonst, die nicht funktionieren, bis in den 23. Stock. Das Gute ist, also das meine Meinung, das Gute ist, dass es eben für alle Akteure Platz gibt, weil das sorgt für Diversität und für unterschiedliche Angebote. Und ja, momentan findet ein regelrechter Kampf statt, also vor allem von diesem Bereich, wo man versucht einfach da mehr von diesem Kuchen für sich zu sichern, man versucht das auch über Gesetze zu erreichen, also die Wohnschutzinitiative in Basel ist sicher, geht tendenziell in diese Richtung, wenn man von einem Areal, wie das Kliebeck, 50% Genossenschaftswohnungen machen möchte, ist schon ein bisschen fragwürdig, was gibt denn das für eine Durchmischung noch, oder? Aber das ist, ich will da nicht Politik machen, ich finde es wichtig, dass es diese Akteure gibt, und das ist für mich klar, ich arbeite sehr viel für Genossenschaften, und deswegen, ich würde die, ich würde nicht gegeneinander ausspielen, aber auf beide Seiten, Immobilien sind ja ein Wachstumspunkt, besonders in der Schweiz, im Vergleich zu Deutschland, und in anderen Unternehmen, merken wir sehr viel Steuerzahlen, also Eigeninwert, dann die Möbelsteuer, dann die Erhöhung durch die Steuerprogression, des Steuersatzes, haben Sie ja schon mal untersucht, was der Effekt der Steuern auf die nationalen Immobilienmärkte sind? In Deutschland waren Sie praktisch keine Steuern auf Immobilien, oder? Ja, das muss doch eine, aber man muss auch sehen, also muss ich jetzt, das ist meine persönliche Meinung, Immobilien sind auch ein gigantisches Steuersparvehikel in der Schweiz, und also wenn man das anschaut, ja, also wenn Sie eine ältere, für vermögende Leute ist es unter Umständen sehr attraktiv, ältere Liegenschaften zu kaufen, wo Sie dann jedes Jahr 200, 300 oder 500.000 investieren können für die Sanierung, alles steuerabzugsfähig, da kriegen Sie Ihr Einkommen ziemlich schön runter. Ja, wenn Sie sagen, aber wenn Sie wenden. Ja, ja, eben, ich sage, es ist, ja, nicht, es gilt nicht für jeden, oder, aber es gibt ganz viele Steuerthemen, die auch positiv sind, also ich weiß nicht, ich weiß, es ist natürlich, der Eigenmietwert ist eine politische, über das kann man diskutieren, finde ich auch. Wir würden immer reifen, weil Immobilien immer mehr Geld sind, aber dafür zahlen, dass immer mehr Geld ist. Das stimmt, ja. Und jetzt werden wir dann reifen, wenn wir die Finanzbestellte dauernd abnehmen, wenn wir so die Steuerzahlen. Ja, ja. Das ist die Immobilien, also tatsächlich, vor allem wenn es um Wohneigentum geht, in der Schweiz ist das halt extrem, das hat sehr viel auch mit Förderung, nicht nur vom Wohneigentum zu tun, sondern auch mit Förderung der Finanzmärkte, oder, dass man versucht natürlich, irgendwie diese Finanzierungsgeschichten zu befeuern. Ja, und das kann man alles steuerlich irgendwie. Aber es wirkt auf ganz viele verschiedene Seiten, also ich habe mich persönlich mit dem nie, genau, auseinandergesetzt, aber ich sehe es schon auch, es gibt dort viele Steuervorteile in dem ganzen Ding drin. Sie können es auf Kanton anzuschauen, Basel-Land und Baselstadt. Ja, Basel-Land ist eine Wüste diesbezüglich, oder? Dann kannst du es jetzt ein Griechen davon, oder? Ja. Für die Kantonsteuer, wie hier quasi. Ja. Ja, ja. Das müsste doch ein Effekt haben, auf dem Markt. Ja. Also, was man gemerkt hat, es gibt ja viele Kantone, die haben vor längerer Zeit noch Liegenschaftssteuern gekannt. Also, da musste man eine Steuer auf den Liegenschaftswert bezahlen. Unabhängig von Einkommenssteuern und Vermögensteuern, das ist eine spezifische Liegenschaftssteuern. Haben die meisten Kantone jetzt abgeschafft, es gibt noch ganz wenige, vielleicht fünf, so in der Schweiz, die das haben. Das Interessante war, Luzern war zum Beispiel, vor etwa fünf, sechs Jahren haben sie das auch abgeschafft. Und bei unseren Kunden in den Immobiliengefäßen, die trainieren Immobilien, die sind alle angestiegen. Ganz einfach, also die Werte sind angestiegen, ganz einfach deswegen, weil sie auf der Kostenseite plötzlich wenige Kosten hatten. Diese Steuern sind weggefallen. Das führt dazu, dass der Nettoertrag höher ist, kapitalisiert geht der Wert hoch. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und das hat schon ein paar Prozente ausgemacht. Und bei großen Immobilienvermögen geht das dann schon ins Geld, ja. Es wurde vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, wenn der Wert abnimmt, stehen wir irgendwie vor einer platzenden Immobilienplasse. Ist das eine Gefahr im Moment? Ich glaube nicht, weil wir eine extrem robuste Nachfrage haben. Und diese Nachfrage, die wird, wenn es, und das Angebot ist sehr knapp. Das führt dazu, dass wahrscheinlich eben diese Erträge nach oben gehen bei den Eigentümern und bei den Nutzern, wenn die Kosten höher werden. Wir haben fürs Wohnen in der Schweiz eigentlich schon seit jeher geben wir immer gleich viel aus. Das ist noch interessant. Ich glaube, es ist etwa, es ist unterschiedlich, je nach Segment und Mietereigentümer, aber es ist irgendwie 20, 30 Prozent, 20 Prozent wahrscheinlich im Schnitt, oder sogar ein bisschen tiefer. Aber es ist immer gleich viel. Und für Lebensmittel, das ist das Interessante. Da sind, für die Lebensmittel geben wir immer weniger aus. Also ich glaube, es sind noch 10 Prozent vom Einkommen im Durchschnitt. Früher waren das etwa ein Drittel, oder? Und eigentlich denke ich, da gibt es wahrscheinlich schon noch, nicht für alle, es gibt ganz viele Leute, die können sich das Wohnen in der Agglomeration fast nicht mehr leisten. Aber für die anderen gibt es schon auch noch, die könnten eigentlich auch noch mehr bezahlen, wenn es sein muss. Weil es ist ihnen wert, in der Agglomeration zu leben. Aber für diejenigen, denen es eben nicht reicht, und ich meine, es sind doch immer mehr, substanziell mehr Menschen, und deswegen ist das preisgünstige Wohnen in fast allen Agglomeration-Räumen heute politisch ein Riesenthema. Für diejenigen muss man wirklich Lösungen finden, weil sonst werden wir dort enden, wie im Zürcher Seefeld. Es wird dann einfach eine Zentrifikation stattfinden, und das wollen wir ja nicht in den Städten. Ja, eine Frage zu, wie stark nehmen Sie in Betracht die übrigen Kriterien? Also Rentabilität ist ja ein Gefälle, es wird nicht investiert. Und Sie haben es auch gezeigt, in einem frühen Bild, da werden die gesellschaftlichen Dinge, die Nachhaltigkeitskriterien, und so weiter, bewegen Sie. Wenn ich jetzt da etwas los bin, das kann man auch betrachten, das sind so die kleinen Konzessionen, die Sie machen. Dann steht man gut da, man ist nah am Mensch, und so weiter, und so weiter. Aber letztlich ist es ein Monopolmarkt. Und in Anbetracht der niedrigen Lehrstilfbottung bei dieser großen Nachfrage, Sie können ja eigentlich machen, was Sie wollen. Und natürlich machen Sie so eine Konzession, Sie machen es eben aus Hünschen, mit dem Architekt, dann ist alles okay, und so. Aber eigentlich ist es ein irrsinnig verzehrter Markt. Und würden Sie sagen, also trotzdem gibt es diese Projekte, die das sorgfältig sind, ich finde das Schlierenbräuch kann nicht kaputt, läuft es besser, als ein 0ab15-Überbauer, obwohl das bei der 0ab15, da müssen die Leute auch diese Wohnungen nehmen, weil sie einfach keine Waren. Oder ist das ethisch etwas edler als die Vereine-Allergide-Bauer? Ich glaube nicht, dass das ein Schönfärben ist, weil die können sich das heute immer weniger leisten, weil sie werden mit ihren Projekten einfach scheitern. Das ist relativ einfach, oder? Wenn man jetzt schaut, wo man mit dem Kliebeck steht, da wird wirklich extrem hart gekämpft. Und wenn man da nicht schon sehr früh wirklich den Kritiken, den Wind aus den Segeln nehmen kann und überzeugen kann mit Lösungen, und diese Lösungen, also auch Schlieren, das ist nicht günstig, das kann ich Ihnen sagen. Auch diese Halle, die bringt nie den Ertrag, den sie kostet, zum Beispiel, oder? Aber sie bringt eben einen, sie hat einen Effekt auf diese ganze Überbauung. Und auch das Gasthaus, das sind, letztlich sind das Investitionen, die sich viel schlechter rechnen als der Rest. Und also günstig ist das nicht, auch diese Geschichten mit Freiraum, Umgebung, das kostet wirklich viel Geld. Und ich glaube, in Zukunft sind die Investoren gezwungen, sich da, also auf Schieter nehmen, Einerseits wollen sie ihre Projekte in den Städten realisiert haben und sie wollen nicht, dass sie grounden und diese, diese im politischen Gezank ihnen irgendwie jahrelang Verzögerungen erleben. Und auf der anderen Seite müssen sie auf ihren, bei ihren Anlegern, in der Rechnungslegung, eben diese Bilanzen eigentlich offenlegen, was sie tun im Bereich von Nachhaltigkeit, sozialem und auch Gouvernanz. Und das ist, die haben auf beiden Seiten eigentlich diese Notwendigkeit, dass sie da, dass sie da aktiv sind. Die geben auch Geld aus für das. Ich kann es schon auch bestätigen, dass das ernster ist als auch schon, wo Jungs, wenn man irgendwie so ein bisschen ein Hefe aus dem Dach macht und so, dann hat man das gemacht und dann war es clean gewascht. Und ich glaube schon, dass, was man gesehen hat, dass das Bauherren schon ins Meer wissen wollen, und es geht da um auch andere Punkte. Wir mussten auf einer Baustelle wirklich mal schauen, das haben wir auch noch nie gedacht, dass kein Plastik auf die Baustelle kommt in der Verpackung. Setz das mal durch als Bauleit. Oder kein Verpackungsmaterial, oder dass das irgendwie wieder wegkommt. So ganz einfache Dinge und da schauen wir uns langsam ab. Und das sind natürlich dann wahre Dinge, gute Dinge. Das andere, wenn ich ein so großes Einfamilienhaus mit einem Hallenbad baue und dann ein bisschen pfeil, dass ich dann trotzdem mit dem Himmel komme, das ist ja dann nichts. Und es gibt jetzt schon ein paar Dinge, die, ich meine, die Ärzte sind, oder wahrscheinlich beim Quiebeck haben die diesen Sockel, das ist da zu teuer bezahlt noch, das war ja erst vor ein paar Jahren, aber wahrscheinlich ist der zu hoch. Scheiße. Schon schwierig. Was macht man jetzt? Und, ja, also, ich glaube schon, dass was in Bewegung wird. Also es ist natürlich, also ich möchte nicht sagen, dass die Welt heute schon genau da ist, oder? Ich sage, die progressiven Investoren, die sind, das sind halt einfach die, die vorausgehen, oder? Die gehen in diese Richtung und ich glaube, es ist die Zukunft, weil, und die anderen werden folgen müssen, weil sonst sind sie weg. Aber wenn Sie sagen, dass eben beispielsweise diese Halle sich in dem Sinne nicht rentiert, oder dass das teuer ist und solche teuren Investitionen heute eben nötig notwendig sind, letztlich muss ja die Rechnung trotzdem aufgehen, also wo holt man das dann wieder rein, oder wo, Sie haben ja eingangs erwähnt, es geht letztlich geht es ja bei all diesen Investitionen immer noch um den Profit, also wo holt man das dann wieder rein? Aber die Rendite, der Profit ist immer ein Abbild vom Risiko des Investments. Also je höher das Risiko, das man eingeht, desto höher ist die Renditeerwartung. Und solche Projekte, die haben ein geringeres Risiko, also die können auch mit einer tieferen Renditeerwartung funktionieren, weil sie ein geringeres Risiko auf Zeit haben. Und diese Halle ist vielleicht auch eine Investition auf Zeit, weil möglicherweise sind in den 10, 20 Jahren diese Vertical Farming-Geschichten nicht mehr opportun. Vielleicht braucht es dann eine dreifache Sporthalle oder ein Eventraum oder irgendwas, oder man sagt ja, es brauchen wir wieder produzierendes Gewerbe, dann hat diese Halle, bietet sie diese Möglichkeiten. Und insofern ist das einfach auch, hat wirklich mit Resilienz zu tun, eines ganzen Projekts. Und das sind, man kann natürlich nicht bei, auch bei den Wohnungen, man kann nicht überall so operieren, weil dann irgendwann geht es nicht mehr. Das ist schon so. Was mir eigentlich noch wunderbar ist, ist die Voraussetzung für Ihre Aussage. Das kann ich nachvollziehen. Aber die Sachen, die in die Hosen gegangen sind, die sie gesehen haben, oder die werden mit Hosen gehen, wo werden denn die untersucht? Also wo sind die Investitionen in den letzten 20 Jahren, wo sie gesagt haben, die in die Hosen gegangen sind? Gibt es dort wirklich denn den Hochweis von dem mit Hosen gehen? Das kommunizieren von mit Hosen geht. Das nimmt mich Wunder. Weil beim Anfänger habe ich auch den Eindruck, ja, also die Messen, die wir jetzt haben, die kann ich glaube nicht rentiert haben. Aber wo sind die dort Fakten dazu? Die hat nur wegen der Hallen, jetzt haben sie ja dort die Hallen erwähnt, die Messhallen, wo man hat, die große Oberlin, die wäre ja auch doof. Ja. Und die leisten das aber sehr wahrscheinlich nicht. Der Markt hat mal eine Fehler. Der Markt hat in der Vergangenheit alle Fehler auskorrigiert. Sie hat eigentlich nichts müssen machen mit der Immobilie. Es ist automatisch mehr wert geworden. Auch wenn sie schlecht operiert haben. Wie die Zinsen aber gegangen sind, sind die Immobilienwerte einfach hoch. Und deswegen sind die, die nicht gut geschafft haben, die sind eigentlich gar nicht abgestraft worden in den letzten 20 Jahren. Und das glaube ich, das wird in Zukunft, das werden wir wieder sehen. Und es gibt natürlich Gestaltungspläne, die gescheitert sind, oder die in eine Pappsituation hineingeraten sind. Also das sieht man wie viele Orte in der Agglomeration. Ich möchte jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber das hat dort vielleicht schon damit zu tun, dass vielleicht auf der Ebene von der Partizipation, Kommunikation zu wenig gemacht worden ist mit dem Umfeld, mit der Bevölkerung. Es hat vielleicht damit zu tun, dass man, was das Dichte betrifft, zu weit gegangen ist oder zu wenig im Wohnraum oder im preisgünstigen Wohnungsbereich gemacht hat. Es ist ein ganzer Strauss von Themen. Und wenn man die Projekte anschaut, was scheitert, dann kann man, ich glaube, wenn man die sechs Themen anschaut, dann kann man eigentlich immer sagen, warum sie, an welchem Punkt gescheitert sind. Mehr oder weniger. Es ist ja immer graduell alles, aber... Also mir fehlt es ein bisschen so die Anstehung vom schlechten Beispiel. Dass man aus dem schlechten der, der in die Hose gegangen ist, dann wüsste man, wieso ist die Hose oder wieso denkt man, dass es in die Hose gegangen ist, um es dann das nächste Mal anders zu machen. Wirklich. Und es ist mir ein bisschen zu blotrig oder ein bisschen zu vermutet. Ja. Aber wenn du ins Mittelland fährst, dann sagst du ja irgendwie schon, was da alles hingestellt worden ist, auch wo nicht so gute Qualität gehörte, dann sagst du, dass das nicht angemietet haben. Und scheinbar ist es wirklich einfach gar nicht so kompetitiv. Und der Wissing aus. In den letzten 20 Jahren ist es ein bisschen so gewesen. Und vor allem als Rendite, oder wie in der Nacht auch. Das kannst du eigentlich so auf mich schaugen. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und das wird jetzt scheinbar die Investoren dazu ermuntert. ein bisschen anfänglich zu sein. Oder? Ich denke, ja. Also man sieht, ich sage, das ist kein schlechtes Beispiel. Es ist einfach eine verfahrene Situation. Und ich glaube, es ist jetzt auch die Frucht von... Das Klebeck, die leiden jetzt im Prinzip unter dem, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. die Bevölkerung ist nicht mehr bereit, weiter so zu machen, wie das in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und das Klebeck ist jetzt da quasi ein Anschauungsbeispiel dafür. Dort ist relativ viel blockiert momentan. Das ist schwierig. Das ist schade. Es nimmt auch der Stadt viele Chancen und Potenzial. Ich glaube, das ist... das ist mir jetzt... Das ist nicht gut, wie es dort läuft. Aber das ist nicht... Würde ich jetzt ehrlich auch sagen, nicht die Schuld einfach von diesen Investoren. Sondern es ist die Büsse für viele, so was einfach in den letzten 20 Jahren vielleicht vielleicht vielen Orten nicht gut gelaufen ist. Ich würde mich jetzt lange machen, dass ihr weiterkommt und so nicht an den Spurbeln zu sagen gewesen sind. Aber es ist sehr interessant. Ich danke dir immer noch einmal für ihre Ausführungen und ich glaube, die schlechten Beispiele. Also, die können wir machen mal über die schlechten Beispiele. Oder wir können mal mit dem Velo ein bisschen rumfahren. Die gibt es ja. und ich weiss schon, was du meinst. Und ich hoffe, dass man es gibt jetzt ein bisschen Gute ein. Und ich habe schon das Gefühl, wir sind hier alle schuldig. Und auch irgendwie die Sachen ein bisschen verbessert. Ich wollte hier noch die nächste Veranstaltung, Stefan Trübi. Er sollte eigentlich ganz am Anfang kommen. Ich habe ja auch immer ein bisschen in der Szene und in dieser ganzen Aufarbeitung. von diesen Themen, aber das macht auch nichts. Es kommen im Januar wieder. Da geht es um geschichtlich. Da hat es sogar einen Lehrstuhl, wo es eigentlich auch um das geht, was Finanzierungsformen in der Architektur machen, Geld und Raum in der Geschichte. Also, ist sogar für sie wahrscheinlich interessant. Aber auch das geschichtliche, das hat es natürlich schon immer gegeben. Die Verschiebungen, die schlechten Beispiele und Geld und Macht können wir natürlich auch in der Architektur Geschichte ablesen. Und er hat uns von dieser Seite zu diesem Thema näher führten. Stefan Trübi am 18. Januar. Ich wünsche allen eine sehr schöne Zeit und hoffentlich geht es allen gut und kommen wir wieder im nächsten Jahr. Und noch einen herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Dankeschön. Vielen Dank.